Über das Hauptmenü gelangen wir in das Menü für Zeiten. Hier können die Einstellungen für die Trägheitszeiten gemacht werden. Bei Row Control Maschinen sind hier auch die entsprechenden Einstellungen für die Dosiererturmzeit zu finden. Hier ist die Konfiguration einer PPF-Maschine dargestellt. Deshalb sind hier zwei Booms zu sehen. Hier können die Trägheitszeiten für Ein- und Ausfahren eingegeben werden. Mit diesem Feld kann ausgewählt werden, ob beim Ins-Feldfahren eine Überlappung oder eine Lücke da ist. Wählt man beispielsweise die Überlappung, kann hier die Überlappungsbreite und die gefahrene konstante Geschwindigkeit eingegeben werden. Für Aus-dem-Feldfahren ist das Vorgehen analog dazu. Die errechnende Trägheitszeit wird dann übernommen. Die errechnende Trägheit wird dann übernommen. Die errechnende Trägheit wird dann überw Housing aleges sein. 어떻게 São Mose BUYING-FEREN edieren. In derabolic composite, an die Haare photonsverlösungverlösung wurde.